Wir sind heute hier in Karlsruhe im Jazzclub in der alten Hackerei und werden gleich die CD Anima vorstellen. Das ist unser Debüt, haben wir in Sardinien aufgenommen, sind da hingefahren, also hingeflogen vor dem Jahr und haben uns da ein paar Tage eingeschlossen und haben tolle Musik aufgenommen. Warum wir nach Sardinien sind, ist ganz einfach, ich wollte in absoluter Ruhe und Abgeschiedenheit einfach konzentriert die Musik aufnehmen, ungestört sein, macht immer was mit einem und wir sind ganz zufrieden mit dem Ergebnis, zum Beispiel am Bass haben wir dabei gehabt, Kontrabass. Christian Ramond, ja, und es war sehr schön in Sardinien, ich durfte auf einem sardischen Bass spielen, das du kannst spiel Klavier, ich durfte auf einem sardischen Steinway-Flügel spielen, eine selten schöne Erfahrung. Mein Name ist Frederik Höster, ich habe auf einer Schilke-Trompete, die in Chicago hergestellt wurde, gespielt. Schilke ist allerdings ein deutscher Name und es ist natürlich ein Deutscher, der ausgeweilt ist in die USA, die habe ich mitgebracht nach Sardinien und ihr ein bisschen italienische Luft eingehaucht. Viel Vergnügen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bin ich. Vielen Dank.